Ich bin Trader Ich bin Trader I am the preparing Trader Hat die hier Trader fallen? Ja hat sie Ich bin drinnen Ja ich seh die Trader fallen, es gibt ein paar Hi Yumi Yumi kannst du doch mal reingehen bitte Das sind ganz fete Melonen in der Küche Ich kann mich noch nicht bewegen Das ist natürlich scheiße ne Hallo Hallo Chris kannst du doch mal reingehen da drin ist ne Trader fallen, bitte Echt? Da liegt mir die Hütte Da kann ich zünden Dann sehn wir was Ich geh Wahrscheinlich ist er halt wirklich Trader Natürlich Warte So wir sind drin So ich zünden? Warte ich komm schon Ja mach Warte ich wechsle hier noch die Nachte Ja mach Ist er wirklich? Hier ist übrigens n Komm Mach noch zu Da kann ich niemand anballern danach Ja alter die müssen wir zuschieben Die können wir mit eh nicht aufmachen Ok dann schieb ich sie zu Keine Sorge Ja die gehen jetzt gleich wieder nach innen auf Wenn du mir das anschubst Warte ich halt sie auf Gut Warte da halt Rayon Tschüss Da ist kein Traitor Ich bin doch kein Traitor du Dulli Das sagt er jetzt nur so Wo kommt man rein in dieses Haus Nur durchs Fenster Da komm ich nicht hoch Ja da komm ich doch nicht hoch Da ist aber auch eine Tür Wo ist denn? Ah geil Ich bin der beste Traitor Ja Geht random killt schon wieder jemand? Ne ich zerschieße nur die Fenster Achso Renovieren Mit nem Fensterreiniger Ohne Fenster Gibt's nichts zu reinigen Ja ich Ernsthaft Was? Warum? Wieso das Einhorn? Was ist das Einhorn? Hä? Ich verarsche Rayon ich seh dich da drin grad vor uns Das ist ein Spiel Ja Alter 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 wie geil das aussieht Alter wie geil das aussieht Das denkt man Man denkt ihr wirklich der Gang geht weiter Man denkt man so Einhorn ich geh zurück Was? Wie geil Scheiße Alter wie geil ich aussehe wenn ich angeballert bin Hi Hi Geh weg Ich seh sexy aus Ich seh auch sexy aus Lass mal posen Sieh die mein Gesicht an Warte Oh ja 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 Sieh die mein Gesicht an Ist mein Gesicht nicht wunderschön? Nein Ja 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 Ich bin Pickel des Cage Scheiße Das war Juni oder? Was war das? Ich hab was gehört Da ist irgendwas geflogen Ja da hatten wir auf uns geschossen Ja da sind nämlich hier gelandet Ich hab nur irgendwas gehört Was ist das mal wahr? Da ist bestimmt wieder der Shooter King Alter wie einfach zwei Gurkentassen Wo gehst du hin? Ja 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 Gute Party Ja Ja Das ist die moderne Version von SOS Alter wie ich immer denke ich kommt Nein Mann auf mich zu Mann Ist voll geil Ich geh da mal wieder mit Chip Aber wenn man zuschlägt Schlägt man nicht zu im Spielbild Ich schlag hier grad zu Und mein Spielbild schlägt nicht zu Doch Würde ich jetzt schießen können Wenn ich Munition hätte Und ich hab keine Munition Chris guck Hä? Bist du Trater? Ich war auf dem Spiegel Bist du Trater? Nee Bist du Trater? Bist du Trater? Hast du dich schon längst getötet? Wo ist Jumi? Ich hab keine Ahnung Wahrscheinlich versteckt sich die irgendwo Höchstwahrscheinlich Hä? Moment mal Ich hab einen Boomerang Wieso hab ich einen Boomerang Hat sie mit einem Boomerang auf uns geschossen? Jumi hat einen Boomerang auf uns geschossen und nicht getroffen Geil Oder du hast das gerade aus dem Tradershop gekauft Nee Hast du Beweise? Ich hab grad gemerkt Ich hab grad gemerkt dass ich den im Eventar hab Ja ist okay Er hat's einfach gemerkt Geh weg verdammte Scheiße Ich müsste dich jetzt töten Ich hatte den einfach Wo ist Jumi? Tja Wo ist Jumi? Kämper Schweine Kämper Schweine Kämper Schweine Du wirst sie nie finden. Ich weiß. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin dran vorbeigelaufen und hab's nicht gemerkt. Ist sie etwa so beknackt? Nee, ich bin dran vorbeigelaufen und hab nicht gemerkt, dass... Chris, verwandle dich mal in Frank hier und vielleicht mich selbst schafft. Warte, warte, warte. Autsch. Warte, kann ich noch zu irgendeinem Ammertal werden? Nee. Zu Bett? Nee, das ist kein Prop. Auch irgendein Prop. Hier sind noch Schränke und Stühle und so weiter. Warte. Hä? Bin ich? Wir spielen jetzt in dem Raum, wo ich bin, spiel mit Prop Hunt. Wir kacken auf Yumi. Auf die scheiß Camperin. Ah! Prop Hunt. Scheiße, jetzt hab ich keinen Boomerang mehr. Aber da gibt's Lösungen, ich kaufe einen neuen. Scheiße. Ich brauche einen neuen drauf. Warte. 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 Der Stuhl. Ja! Was? Achso, die Zeit. Ich dachte schon. Das war geil. Tell Yumi. Ne? Wo warst du denn? In der, in der Schrank warst du. Du warst doch da, wo wir reingegangen sind. Und da war rechts so, so ein hässlicher Holzbalken. Aber Chris, ich finde eigentlich ohne Yumi hat's grad mehr Spaß gemacht. Das war da auch nicht, woran das liegt. Ne? Genau da war Yumi drin. Ja. Aber war schon leicht lustig, ne? Am ersten Mal hab ich dich nicht mit Boomerang getroffen. Ich hab dich am ersten Mal nicht getroffen, obwohl du vor mir gestanden bist. Ah, ich bin Profi. Aber das war geil. Chris. Was? Ich hab nur die Melonen. Das tötet jetzt. Alter! Das nicht. Melonen for life! Ah! 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 Finde ich nice. Ich bin ganz... Ich weiß ganz genau, dass du trainst in Chris. Ich weiß es ganz genau! Ich komm unbewaffnend zu dir. Hi. Hi. Alter! Ich darf das! Ja! Ah! Wusste ich's doch! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! ernsthaft läuft er einfach hinter ihr nach ich habe gerade noch thomas ich hab's gewusst geil 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 ich bin traiter hoch die hände Ich habe immer noch keine Waffe, doch. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Crowbar. Ich habe eine Crowbar. Lackert. Ein Smull. Oh ja, hey, ich habe einen verpackten Spiegel gefunden. Gibt es hier wirklich keine Traitor-Fallen? Das finde ich scheiße. Doch, es gibt eine Traitor-Falle. Die habe ich vorhin sogar aktiviert. Aber man kann die nicht da deaktivieren im Haus. Alter. Jumi, willst du mal? Die ist irgendwo bei der Küche, ist die Falle. Jumi, du könntest jetzt mal die Traitor-Falle auslösen. Was nicht? Irgendwo in der Küche ist die Falle. Der Traitor könnte sie jetzt auslösen. Traitor. Ich suche die ganze Zeit nach Leuten. Oh, warte, hier ist wieder ein Kleiderschrank. Wahrscheinlich ist da wieder irgendwo Jumi dann. Oh, da ist mal eine bessere Waffe. Nee, jetzt zieht sie tatsächlich nicht. Das ist aber neu. Ich habe immer noch keine gescheite Waffe gefunden. Ich gehe mal rein ins Haus, ne? Ich halte mich erstmal bedeckt. Wo ist die Traitor-Falle? Ich muss irgendwo im linken Teil vom Haus sein. Lacht du mich vielleicht auch mal rein? Wo ist die Traitor-Falle? Irgendwo da war die... Sag ihr, dass wir hier sind. Das ist eine gute... Melonen. Oh. Wally spielt Garry's Mutt. Oh, das ist... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Jeremy ist. Wirklich? Ja. Er ist auch im TS wieder in deinem Klasse. Schrecklich? Echt? Warum glaubst du, sag ich euch das denn? Ja. Oh, da backen Haare durch die Wand. Hi. Was? Oh mein Gott, sie schießt auf mich. Sie ist... Wer ist Traitor? Du bist Traitor. Nein! Ich bin nie Traitor. Du kennst mich. Jume ist schon down. Nein, das ist eine gute. Ich bin nicht Traitor. Der war grad so hart da. Fuck you! Scheiße, nein! Der war grad so hart da, Digga. Ich konnte einfach... Dass sich der zweite Bomber nicht getroffen hat. Kommt Jeremy jetzt noch? Der war ein Bomberer? Ja. Ja. Also er hat auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall mal im Geld. Jeremy Smolik, jetzt komm, bitte! Hey, hier draußen am Baum, wenn jemand da hängt! Was? Das hängt einfach ne Leiche am Baum! Nein! So fleisch ne Leiche sogar! What? Ich hab keine Waffe. Ich brauch ne Waffe. Ah, ich hab ne Waffe. Ne, ich hab ne Waffe. Das reicht. Wer das wohl ist? Hm. Wen mobben die in jedem Untergang des Plates? Ja. Ja. Ich bin ein Schusser, Kind... Ja. Cool! Wow, um zu klein... Wohlbekommst... Ich komme wirklich nicht hoch. Ich bin zu klein! Warte! Ich brauche keine behinderten K dir dazu. Sehst du, ich war schneller. Crow Butter! 40 KP rayon! Ich bin Traitor, bleib hier! Ja, da bleib ich natürlich freiwillig. Wenn du mir jetzt nachkommst, dann erschieß ich dich. Achso. Wenn du jetzt nochmal irgendwie auf mich losgehst, in irgendeiner Form, Ray am Spielstiel rum... Ich erschieß dich, wenn du mich jetzt noch einmal irgendwie schlägst. Alter, wir sind zu zweit! Jume, es ist ja grad irgendwas getrunken. Was? Es ist ja grad irgendwas getrunken, ich hab den Holzen gehört. Und tschau. Tschö Chris! Da ist sie! Du hast mich kein einziges Mal getrunken. Sicher. Tja, verkackt, ne? War das Damin Up? Nee, das war das Renner. Das Renner? Ja. Das ist ja das Damin Up. Sie ist voll da. So, ich bin gespannt. Oh, Wadi ist da! Bewegt er sich auch? Achso, er ist auf jeden Fall ein Pferd. Wow! Wann ist er wieder das Pferd? Ich hab keine Ahnung. Ich sag's mal nicht. Thomas! 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 Ich schieße alles, was dich bewegt! Ich zieh ihn mal hoch, warte. User wills move to your channel. Hi, nicht zagender Jeremy. Jeremy wächst nicht! Jeremy, ich krepp dich flacher. Was? Jeremy, sag was! Sag was, Wally! Sag was! Mikro ein! Don't mute! Er ist tot! Alter, ne? Es hat 32 Grad hier in meinem Zimmer. Tja. Er ist tot, wirklich. Pinguino for life! Rayon? Nein, ich bin's nicht. Das war ein Liebestod! Ein Liebestod? Ich bin hier unbewaffnet, hör auf! Ich bin unbewaffnet! Hey! Ah, Jeremy ist wieder da! Alter! Random Kill! Was war hier Random Kill? Was Jeremy getötet hat? Das war Liebe! Ich hab ihn tot gepickt! Liebe auf den ersten Schlag, oder was? Ne, Liebe auf den Tod und... Mordium und... Postmortem Liebe! Ich merk gerade, ich komm hier auch nicht durch. Ich muss über den Baum schauen. Du bist scheiße, Chrissy! Dein Arsch hoch wie scheiße! Boah, weißt du, das ist denn so geil! Ja! Nehmen wir bitte weiter auf! Ich nehm die ganze Zeit auf! Ich hab' nie aufgehört! Ich auch nicht, aber... Ich würd' mal sagen, neue Anmoderation, neue Folge! Nein! Nein! Ich moderier' jetzt einfach so an, ohne dass wir auf einem Fleck stehen! Nein, wir müssen auf einem Fleck stehen! Das gehört so! Nein! Ich glaube, Jeremy, der Vital hat die Traitor-Falle aktiviert! Nein, nein! Jeremy! Nein! Nein! Nee! Dieульт mercifulisch! Mann. Er ist eins. Mann. Mann. W poseement. Mann! Dann wäre ich eine Macht! Mann! Mussiert bitte. 았습니다. Oder war es nur bei mir gerade so? Achso, du meinst, dass ich die zwischen den Bänden hatte, die Waffe. Das heißt, das hat man hin und wieder aus irgendeinem Grund mit jedem Verheer-Model. Ah. Habts schon gesehen, wie ich jetzt erzählte. Hi Jeremy, wo bist du denn? Hi. Er ist in deinem Arsch. Das stimmt. In deinem Arsch. Das stimmt. Da hat er schlechten Internet-Empfang. Was? Da hat er schlechten Internet-Empfang. Wally Nummer Uno. Hi Chris. Das ist das neue Jeremy. Das ist das neue Jeremy. Ich bin mit Jeremy allein in meinem Haus, ne? Und er hat eine Waffe. Ja, ich habe auch eine Waffe. Jeremy? Oh, hi. Jeremy? Hi. Chris? Hi, ich bin bei euch. Ich wollte auf den Schrank ballern und du bist reingelaufen. Ja, und Jeremy war hinter dem Schlank. Ich wollte auf den Schrank ballern um zu sehen, ob das wirklich als Shit-Shit funktioniert. Du beschleifst einfach rein. Ich dachte schon chill. Doch, wahrscheinlich schon. Jeremy, wir testen das nochmal. Nein. Och. Jeremy, guck mal hier. Hier hast du ein Spiegelbild. Guck mal her. Kommt zu mir. Jeremy. Wo bist du? Jeremy, komm hoch wieder. Hier ist ein Spiegelbild. Guck mal. Ich habe das beim ersten Mal nicht gecheckt. Ich dachte, was kommt da für ein Einhorn auf mich zu? Hat jemand meinen Skin geklaut? Da drüben, links. Hier, bei mir. Beim geilen Einhorn. Hier. Hier hinten. Hier. Jummi! Jummi hat in die Richtung geschaut. Jummi hat in die Richtung geschaut. Jummi hat in die Richtung geschaut. Okay. Ball auf alles. Ja, wenn du vor allen Augen die Traitor verlagd wirst. doch meow da llegar. WALSELF NETZft. WIR SPILEN! DEIN Performance. Den Chaserr! Chaserr. Oder den Banker. Oder Jean Dome. Oder Dead Wood. Dead Wood klingt lustig. Oder Neco. Das Friendship ist lustig. Mein Chef ist lustig. Mein Chef ist lustig. Mein Chef ist Lustig. Mein Chef ist lustig. Ja danke. ja das passt zu dir ja bin laden ist ein kraftback das war sie in seinen bühnen videos jetzt ist es animiert gut annehmen gebe ich zu aber habe ich doch gesagt ich kenne ich habe ich habe keine muni mehr ist das wirklich ein versteckter raum mit einem versteckten tun zu kriegen kommt man hier rein ohne waffe thumpnell posier mal natürlich clickbait was sonst ich gehe mal weg ne ich könnte das alleine machen ich bin mal nicht bei euch aus absicht da liegt ne baby ne baby warte ich nehme ich nehme das baby mit ich bin mal am dachboden für die die leute die es interessiert der dachboden ist geil ah da war ich vorhin auch schon das ist ziemlich schön da hab ich die schönen karte scheiße ich komme zu dir ich komme zu dir oh ja was denn ich bin auch am dachboden warte ich komme und mache die kisten kaputt die nicht kaputt gehen warum das denn das verstehe ich jetzt gar nicht hey ray und du bist du darf ich so hochkommen wieder du bist nicht da du bist nicht am dachboden ich bin am dachboden hi wala wala jetzt sehe ich wieder tschö geballert schon wieder jemand ja ja geballert 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 was secret wo hieß mona schisser mona schisser alles klar ja nicht mona lisa das ist ne hässliche mona schisser oder etwa nicht ich hab dir noch einen geheimen ausgang gefunden aus dem tunnel system kann man ja mal weg von der tür gehen danke wo bin ich jetzt gibt es hier auch einen geheimen ausgang oh was ist denn das hier ich hab das gefühl hier gibt es eine traitor falle wie ich grad war ja das musst du doch wissen ah hier ist der geheime ich bin im weinkeller ich hab ein klo gefunden was ist das denn für eine waffe ich bin im weinkeller ja freu sich über das klo geil jeder sauer ich wurde teleportet hä ich wurde gerade ach ich wurde nicht teleportet es ist immer dunkel geworden was war das denn nein es ist alles dunkel oh mein gott ich schalte das licht wieder an warte ich hinterher ich schalte das licht wieder an der scheiße was macht ihr bitte hinten ist das klo guckt mal achso hä wir sind da abgefallen das waren die dinge die ab runtergefallen die lag vorher schon da war's why hey jeremy jeremy du bist ein dulli ne tja das verstehe ich jetzt nicht so wirklich ne haha wir liegen hierbei und die lacht einfach vorbeigedeckt und mir so hm bleibt lustig na gut dann nehm ich noch zeit kaufen nach thomas und los schön das war ne angenehme runde ich mag die mehr ich geh wieder auf den dachboden ne die sind leute die sind interessiert ja ich geh wieder weg vom waffen und nehm einen von den geheimen ausgängen ich nehm mal die hier was ist das denn für ne waffe die hatte ich noch nie oh ich bin wieder im hauptraum ich mach mal wieder das licht raus hey fixkoppe hä aber diesmal die lampenschirme aus irgendeinem grund hängen ja die lampen das hat nichts mit den lampenschirmen zu tun ja aber vorhin sind die abgefallen ja die lagen vorher schon bevor das licht ausging die hab ich runtergeballert durch die ok irgendwo ist das klo hier ja das geile ist ein klo liegt wie geiler ich bin gleich wieder im beinkeller ich höre im thomas was war das war das das ist nämlich aus der richtung gekommen hier kommt wahrscheinlich sie schießt auf mich ich bin im dachboden ich weiß bescheid wo ist denn das traiter schwein und die 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 Da denkt man an Real Life, ne? An spezielle Momente. Im Real Life geht man auch mit Schmosschnitten durch. Oh, schuldigung. Okay, irgendjemand hat das Licht abgeschaltet. Ich schuldigung. Und ich würde ja auch gerne mal wieder Traitor werden, danke. Ne, ne, ich bin Traitor. Ich darf Skimtraitor sein. Also wir sind jetzt dritt unten in meinen Keller. Ich komme hier nicht aus dem Raum raus. Wo ist denn meine Kinder? Ich befolge meinen Jungen, ne? Hey, Jeremy, lass mich bitte durch. Okay, anscheinend kann man den Evel nur einmal umlegen, weil ich kann ihn jetzt auch nicht hören. Ah, doch jetzt. Was war das? Hä? Der Lampenschild ist abgefallen. Geil. Wer war das diesmal? Seid ihr. Lieber Traitor. Hä? Wo seid ihr? Ich bin im Dunkeln. Ich bin im Dunkeln. Zweite Etage oder so. Mir werden auch im Geheimkeller. Nein. Irgendwann. Irgendwann. Ich war im Geheimkeller. Hi. Ja. Ah. Ich glaube, es war es irgendwie. Ich höre ein Huhn. Ich höre ein Huhn. Ich höre ein Huhn. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ey. Why? Random Kill. Das war kein Random Kill. Doch. Hast du gesehen, wie ich es geworfen habe? Ja. Nein. Nee, aber es war es noch nicht hinter dir. Das ist keine Reise. Oh man. Ja. Ja. Du brennst hier auch so nicht. Du bist gerade ziemlich hell. Rassist. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Yumi ist ein Rassist. Der ist gerade ziemlich hell. Hi Yumi. Hi. Geh euch mal beiden nach, ne? Mit Thomas im Anschlag. Falls in deinem Gang kommt. Dig ist in die Musikbox. Komm auf den Dachboden. Komm auf den Dachboden. Jetzt wird Thomas geil, ne? Komm. Was ist mit der Harte? Alter. Der Ballert. Ich finde es nicht. Thomas. Na geil. Kommt er mal auf den Dachboden. Geht nicht mehr. So. Komm mal auf den Dachboden. Okay. Wegen Trader. Wegen Trader. Wegen Trader. Ja. Ja. Zion. Ja. Komm zu mir. Wo bist du? Hier hinter dir. Wotten. Ah da ist er. Ah ja. Hä? Ey. Und jetzt? Äh mich schalte ich dir wieder an. Ah. Ups sorry. Alles gut. Ey nein. Er hat ne Pastagranate. Schau. Verdammt. Wirklich. Ja. Warum wollte er wohl, dass wir auf den Dachboden kommen? Lustig ist nur, dass er schon im Periparian gesagt hat. Ja. Das hat er nämlich in der letzten Runde schon gesagt. Nein. Das ist eine Lüge. Und das Innerein des Einhorns ist übrigens geil, ne? Mann. Was? Das Innerein des Einhorns ist geil. Alles klar. Fricht wohl jemand aus Erfahrung? Ja. What? Natürlich. Gleich. Jo. Also hier wird's brenzlig, ne? Ah. Ja. Nichts ja. Hake weg. Scheißen Dreck. Wo ist das schriss? In deinem Arnuss. Ich hab mir grad selbst im Dick versperrt. Echt? Ja. Trader. Schwein. Oh, hier war ein Schild. Ist ja der Chris, ne? Hä? Ah, hi Chris. Chris, was ist los? Ernsthaft! Ich hab nen magischen Koffer. Wenn man drauf steht, kommen komische Geräusche raus. Fuck! Ja! Gerechtigkeit! Ich hab ja noch frei Leben gehabt. Genug. Grecwot, was ist los? Bin ich jetzt der CREET-Dob? CREET-Dob! Oh! Hi Rayon! Hi, hi! Hi! Darf ich? Danke! Was war das? Der flieger mein Freund. Du wirst weg jetzt! Äh! Was? Warst du grad selbstbewusst? Das ist dir klar oder? Darf ich an deinen Augen noch hin? An... Darf ich dann auch an deinen... Nippel... Was? Nippel? Was? Hi Hi Hi, was hast du denn da an? Was ist das? Ist das ne Kette? Das ist ein Schuss Ein Schuss? Voran schaue du ein Kerl Ach, ich blöde schwer drauf Hab ich gar nicht gekriegt Oh mein Gott Tschüss Chris Diese scheiß Leiton Tot? Nee Komm hoch wieder Komm hoch Ich hab fast gestorben Chris komm hoch Nee 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 Gut dann nicht, ich wollte dir helfen Nee dann... Jummi Jummi? 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 Ich bin der Shooter King Ich weiß, was gut ich bin Ich bin der Shooter King Ich bin der Shooter King Der ganz früh am Kommt zu dahin Ich bin der Boss im Internet Will ich mich mit den Kindern fetzt Oh Ich weiß schon, wenn du mit der Diegel umrenst Dann ist das der Shooter King Nee, ich lauf auch oft mit die Diegel rum Das ist nicht der Shooter King Ja, du, aber Jummi nicht Achja, die Jummi, ne? Jummi, ne? Ich töte sie jetzt einfach immer, wenn ich sie sehe Das ist sicherste Ich hab gezeugt sie sich auch nur einmal an Das zählt nicht Ich habe gezeugt sie sich auch nur einmal an Nö Random kill Ich habe gezeugt sie sich auch nur einmal an Das war 18 Mal Das macht die Situation nicht gerade besser Wollen Bitte schießen sie keine Leute an, ich hab sie doch nur umgebracht. Da hat's noch ein bisschen random klar war, oder? Ein bisschen. Nein, geh weg, geh weg. Ich hab gesagt, geh weg. Geh weg. Das sind natürlich geile Netze, ne? Geh weg. Mit AUG ist das schon ganz geil hier, ne Junge? Es wär so einfach, ein Schuss und es wär vorbei. Ein Schuss und wär mit euch beiden vorbei. Nein. Jeremy, bist du Traitor? Ich geb dir dafür den Tisch. Jeremy? Da, hier. Ja! Huia! Ich krieg's aber trotzdem nicht hier, das ist das Problem. Mach's auf wieder. Jeremy, klau mir nicht den Tisch. Jeremy? Ja. Mein Tisch. Jeremy? Ich töte dich, wenn du mich gibst. Ist der eigentlich Mensch? Chris? Was? Ja. Und tschüss. Du siehst du rein! Die, die, gleich� strappeln tauschen oder so. Wer lebt jetzt eigentlich noch? Ja, Roboter, wer metzt, der Mikrofon. Rian, bitte fix dein Mikro. Das ist ein Faktor. Ist das schön mit meinem Popschutz draußen. Wer lebt jetzt eigentlich noch? In mir noch die Frage. Chuck Norris. Ja, der Twitter hat noch vier Minuten. Du hast nur gesagt, komm. Das ist ein Faktor. Oh ja, geh doch weiter in die Ecke, dann tut's besser. Danke. Ist doch geil mit der Knarre zwischen den Beinen. Ja. Ja. Dann lenke ich mich doch. Darf ich jetzt auch mal wieder Traitor sein? Nee. Oh nee, was der Feedback hat. Ha, verkackt. Ja. Ja, das ist die Besserung von Vorhab. Ja. Das ist die Shotgun von Vorhab. Shotgun. Die weg. Das ist die Shotgun von Vorhab. Shotgun Hub. Shotgun Hub, ja. Fühlst du da kennen wir was aus? Der Shot Hub. Nein. Ich habe gerade noch einen Eingang gefunden. Hi. Ich bin DJ. Ich gehe da mal wieder. Ich bin DJ. Warte. Rayon, warte. Ich habe hier was wirklich. Nein. Gesunde, gesunde Granaten. Nein. Geh weg. Du hättest fast nicht getroffen. Wann war der Plan? Scheiße, ich komme die Leiter hier nicht hoch. Ich habe ein Baby bekommen. Einarmiges. Was? Ah, da. Ich habe ein einarmiges Baby. Das blutet und keine Augen hat. Ja, Freitagnachts. Samstag Nacht. Freitag. Was ist, wenn ich jetzt auf dich schieße? Darf ich hier einen Stolz mein Baby presentieren? Du bist ein Penis? Was? Nein, mein Baby. Wo ist das? Ich will gucken. Ich bin hier gerade in der großen Eingangshalle. Ich bin auch in der Eingangshalle, glaube ich. Ich bin in der großen Halle. Gibt es mehrere große Hallen? Hier. Hallo. Hallo. Hier ist mein Baby. Hi. Darf ich mir den Bumerang drauf schießen? Mach. Sag ich wirklich? Ja. Weißt du damit? Die hat wirklich gar geballert hat. Das Baby hört etwas aus. Brolle. Es ist noch immer da. Brolle. Brolle. Nee. Chris, wo hast du das Baby her? Aus dem Schlafzimmer. Oder aus dem Traitor Shop. Das könnte man falsch hinterfektieren. Oder vielleicht aus dem Traitor Shop. Nee, im Traitor Shop ging es nur die Baby an. Ja, dann hast du nicht getroffen und dann hast du das Baby geklaut und davon abzulenken. Nee, das ist aber ganzes Baby, was da rauskommt. Ach, okay. Nicht so ein Krüppel wie von dir. Um keins, bei dem die Arme fehlen. Oder ein Arm. Was ist denn das hier? Oh, ich bin am Klo. Ich bin mal verscheißen. Ich will gucken. Ich will zugucken. Ich will zugucken. Boah. Alter. Was war das denn? Was? Alter. 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 Ähm. Verarscht. Warum schießt du denn? Arschbitter. Wiese. Wer ist Traitor eigentlich? Ich glaube, Yumi ist Traitor. Der hat gerade so auf mich gezielt. Yumi? Ich weiß, dass du noch lebst. Du brauchst gar nicht Schilder. Der bricht gerade jemand durch ein Fenster. Ne, ich tue Glasfaschen rumschmeißen. Achso. Was soll ich das also? Was soll ich das eigentlich sagen? Was soll ich das eigentlich sagen? Was soll ich das machen? Wer ist? Chris war fett scheiße. Er wurde weggeschissen. Ich weiß noch immer nicht wer Traitor ist. Ich weiß nicht, wie ich vertrauen will. Ich tippe ja immer noch auf Yumi. Weil die ist schon wieder so still. Hebel Das ist ja die übelste Scheiße, ich bin zu doof, den Hebel hinzu Ach doch Oh, Rian Nein, ich gehe wieder, tschüss Nein Nein Du Wichskopf Random kill Hat Jeremy noch gelebt? Ja Also, Random kill, woher hättest du wissen sollen? Warum? Beschreib mir jetzt dein Du bist der Chris, du hast der Chris Und du so, hi, auf einmal Das ist keine Begründung Doch, eigentlich schon Aber das war geil Alter, du hast richtig abgeschissen danach Ja, das war geil Ich konnte mich aber auch nicht aufhören zu lachen Aber okay Evil Resident Nein Nicht Finals Forest Forest Final Ja, das war echt gut Vielen Dank.